Hi, mein Name ist Pimpf und ihr seht Jagaloo TV A bis Z. Afrop, einfach weil ich seine Platte eben gesehen habe und bin gespannt auf das ASD-Comeback. Busta Rhymes, war ich relativ enttäuscht, als ich ihn live gesehen habe. C. Chemie, war eines meiner schlechtesten Fächer in der Schule. D. Damien Davis, ein klasse Feature auf dem Album Memo von Pimpf. E. Extrem, extrem. Ich bin kein extremer Typ, ich bin eher so ein entspannter, ruhiger Typ. 50 Cent habe ich gerade nicht in der Hosentasche. D. Gustav Gans, cooler Song von den Beginnern. Ich habe vor drei Tagen das Beginner Soundsystem live gesehen und deswegen bin ich jetzt auf Gustav Gans gekommen. D. Handball, neben Hip-Hop oder Hip-Hop. Hip-Hop und Handball, meine zwei größten Hobbys. D. Haha. D. Insekten finde ich echt eklig. Ich mache auch keine Spinnen selber weg. Ich rufe meine Freundin, die muss die Spinnen wegmachen. Jonas ist mein Name. Mit K fängt mein Nachname an. Live-Shows spiele ich super gerne. Ich bin nicht so gerne im Studio, also nicht so gerne zum Aufnehmen auf jeden Fall. Ich spiele aber sehr gerne live, habe da furchtbar viel Spaß dran. Max Herre habe ich vor zwei Wochen live gesehen auf dem Hessentag in Ufgeismar. Und es hat mir sehr gut gefallen mit geilen Künstlern wie Megalo und Afrop und Clueso. Und es war super. Nu etta da ist ein geiles Album von Olexes. Das ist mir gerade in den Kopf gekommen, weil Olexes so total unser Leben verändert hat mit seiner Sprache. Wir reden nur noch in Olexes Sprache bei uns. Omen, 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 ja, Omen. Pimpf ist mein Künstlername. Quantisierung. Quantisierte Drums können manchmal ganz cool sein, aber ich stehe fast, wenn ich selbst Musik höre, eher auf unquantisierte Drums. Reichtum ist nicht unbedingt notwendig, aber schon ganz schön bestimmt. Ich kenne das Gefühl nicht. Schief singen kann ich richtig gut. Themen, Thema, Thematik. Wenn ich Texte schreibe, dann entstehen meistens die Themen erst beim Schreiben und ich setze mich nicht vorher hin und habe irgendein gewisses Thema im Kopf. Umse ist einer meiner aktuellen Lieblingsdeutschrapper, gefeatured auf dem Album Memo von Pimpf. Hat auch selber ein geiles Album rausgebracht, auf dem ich drauf bin. Und ja, schöne Grüße an den lieben Umse. V-Reta ist ein netter Dude und ein cooler DJ. Liebe Grüße. Wandern war ich schon richtig lange nicht mehr. Zuletzt irgendwo in den Bergen im Osten. Xata, einfach weil mir gerade nichts anderes einfällt und die ganze Welt von... Eigentlich muss man ja Xata sagen. Eigentlich muss ich den ja bei C dann sagen. Ähm, nee, Xata. Xata. Y. Y. Irgendwas mit Y heißt, glaube ich, der Instagram-Account von Jessin. Kann es sein? Ja, der Instagram-Account von Jessin. Oh, Zeit. Äh. Zeit ist wertvoll. Unibet.